ARD Text im Auftrag von Funk 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 Also wenn ich zum Beispiel mal Battlefield spiele, dann gehe ich meistens nicht in die Flugzeuge. Ich kriege das eh nur. So. Benutzen Sie die Zielanzeige um Kilo 1 auf den Tag zu finden. Bestätigt, ich hab Sie. Kilo 1 hier, Big I-6. Ich habe Sie im Bild. Verstanden, Big I-6. Wir haben am Boden null Sicht. Sie müssen uns zum Kommunikationsrelais führen. Sie müssen nach Osten, Kilo. Ich würde es da hinschicken. Die Mission ist eigentlich ziemlich cool. Aufklärungsgehefaltliche Fahrzeuge. Hol Sie die Männer von der Straße. Da ist wohl ein Gebäude im Norden. Bringen Sie sie rein. Ist eigentlich ziemlich lustig die Mission, weil man die Leute unten steuert mit dem Blackbird, halt die Umgebung im Blick behalten muss. Sie fahren am Haus vorbei. Und dadurch dann... Halt, nein. Es haltet vor dem Haus gehalten. Und dann auch immer die Position wechselt, was ich ziemlich cool finde. Wenn man einmal von oben die Aufklärung macht und dann unten die Action. Treiblich Infanterie greift an. Aushalten. Ist schon eine ziemlich coole Sache heute. So, bist du allein? Da kommt noch einer. Oh, da kommt noch einer. Oh, da kommt noch einer. Oh, da kommt noch einer. Du bist ja nicht. Alles sicher. Kilo. Das ist erledigt. Oh, da geht er in die Blackbird. Kilo 1, die Straße ist heiß. Gehen Sie über die Rückseite raus. Okay. Das sind noch welche oder? Zwei Ziele in Sicht. Ausschalten. Verstanden, Big Guy. Wir machen das. Okay. Alles gesichert. Gut gemacht. Dann spielt man halt wirklich so die Aufklärer im Blackbird, was das für die Leute unten auch ziemlich einfach macht. Die Männer sollen zu den Unterkünften. Ziel 1 ist drinnen. Wir rücken ab. Ich sehe eine große Patrouille. Nicht weiter, Kilo. Halte die Position. Bestätigt, Kilo 1. Sie sind außer Sichtweite. Oha, oha, oha. Das sind da viele. Das ist spannend, weil man nicht unbedingt selber was machen kann. Man kann die Leute zwar ein bisschen herumschicken oder so, aber... Alles frei, Kilo 1. Das ist halt doch was anderes, als wenn man dann selbst jetzt da unten liegen würde und aufpassen müsste. Verstanden. Sind unterwegs. Geht da hin. Nähern uns den Unterkünften. Mehrere Ziele im Innern. Vorstoßen und sichern Kilo 1. Das war nicht geil. Genau. Genau. Kontakt erledigt. Okay, okay, okay. Ziel ausgeschaltet! Alles gesichert. Gut gemacht. So, C4 ran. Das war ein Kaput. Interne Kommunikation unterbrochen. Stützpunkt ist dunkel. Weiter zu Ziel 2. Verstanden, Kilo 1. Jetzt wirst du wieder in den Blackbird. Nach Norden, Kilo. Verstanden. Das ist schon ziemlich cool. Auch eine totale Abwechslung. Kilo 1, Infantarie nähert sich. Ich zähle sechs Ziele. Zu gefährlich. Anhalten und in Deckung. Außer Sichtweite bleiben. Totale Abwechslung. Ich mach mal kurz ein bisschen lauter. Oh, jetzt hört man ihn wieder. Ich hab keine Ahnung, ob er eben im Anfangs-Intro auch mal den sonst gehört hätte. Aber gut, irgendwie war es wohl nicht der Fall. Deswegen lass das dann einfach so laufen. Unten bleiben. Da kommen Sie. Position halten. Position halten. Position halten. Aber es muss doch kalt sein. Bei dem Wetter da einfach nur rumliegen und sich verstecken. ich glaube dafür werden wir alles abfrieren nicht bewegen sicher hier kilo 1 haben sie uns noch auf dem schirm die sicht ist besser starten jetzt den einstieg rücken zur station vor verstanden weg wir gehen rein machen war mann die stelle unter uns vier ziele dann mal los das ist ja cool Wow, das war cool. So, kann ich glaube ich da nicht einklinken. Ich hätte vielleicht die Waffe wechseln sollen. Bereit? Oh, machen wir... Bereit, wenn Sie es sind! Wow, coole Sache. Okay, wir haben alle. Nice. Der hat sich bestimmt auch gewundert. Oh man, den kannst du doch nicht einfach da runterschmeißen. Das kannst du nicht tun. Er hatte Frau und Kinder. Verstanden. Rekalibrierung. Okay, Funkstation ist auf Deck. Weiter zum nächsten Ziel. Der Hauptkomplex befindet sich unterhalb des Kamms. Wenn wir Beweise finden wollen, dass Nova 6 als Waffe eingesetzt wird, werden Sie dort sein. Sobald wir die Kommunikation ausschalten, werden Sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Wir müssen schnell sein, bevor Sie Informationen vernichten können. Wachsam bleiben. Schnell sein, wachsam sein. Was denn noch alles? Ich dachte immer, wenn ich Herzensspieler, dass ich zu nicht wieder schreckt bin, aber anscheinend nicht. Also, hm. Gut, entscheide ich halt. Verstanden, Big Eye. Wir gehen rein. Kilo 1, Sie haben mehrere Ziele unterwegs zur Bruchstation. Verstanden, Big Eye. Arzten bedürfen kein Aufsehen erregeln. Die Armbrust einsetzen. Wenn es heiß wird, Sprengsturm. Ein Ziel patrouilliert außerhalb des Schuppens. Zwei weitere im Innern. Noch zwei beim Trakt zu unserer Rechten. Noch einer auf dem rechten Portalkran. Okay, vorwärts. Okay, wo war noch einer? Upsa. Wieso? Verwichtig nicht. Okay, muss ich ja noch haben. Oder hat der noch welche? Hat der noch hinten? Ich hab... Oh, da ist noch einer. Okay, ich glaub, ich hab alle. Du musst alle haben. Mist, Sie haben den Alarm ausgelöst. Feuer, sei gar nicht. Okay. Noch mehr Infanterie. Oh. Hudson, wechseln Sie auf Explosive Projektile. Ja. Feinde aufgeschaltet. Achtung, die Radarschlüssel. Ja, was soll man hier machen, komm, sag es mir. Ups. Kilo, zwei Ziele sind gerade in den Generator auf. Verstanden, Big Eye. Oh, jetzt gehen wir wirklich auf die... Ah, okay. Auf die Scharniere schießen! Weil... Uh, netter Wurf. Ausgezeichnet, Kilo 1. Sie kontrollieren das Umfeld. Achtung, wir haben ungefähr drei Minuten, bis wir bei KT1-Personen tanken müssen. Verstanden. Big Eye, Kilo 1 ist bei der Fundstation. Verstanden. Ihr Team ist in Position am Fenster. Wir sind in Position. Oh, unser Stimme mal. Kontakt erledigt. Gut gemacht. Da war noch einer. Zähl erledigt. Okay. Granate. Und... So. Verpassen. Sie haben mehrere Ziele unterwegs zur Bauchstation. Ich gebe da nochmal eine Granate. Okay. Krieg ich hin, krieg ich hin, krieg ich hin. Sheil. Okay. Okay. Okay, okay. So, geht weiter. Ähm... Was ist das Kampf denn? Was hängen hier alles? Freak mal weg. Von der Seite. Vorüber mir. Ah, hier. Spiel damit. Ich weiß ja inzwischen, dass es hier diese Feindberichte gibt und so. Wir haben es! Hatten die Satellitenschüssel abschalten! Ja, ich bin dabei. Ähm... Ich weiß immer noch nicht, ähm... ...wo sie sind. Das ist nicht schon blöd, aber gut. Bestätigen Sie, dass die Station offline ist. Over. Entschuldigung. Wir hätten schon bald wissen, dass wir hier sind. Also los! Raketen werden auf dem Kamm! Cut! Unter vom Vorsprung! Auf. Auf. So, los! Ah! Weiß doch nicht wohin. Lafine! Oh! Ha-ha, tut ich das schon! Weiß doch nicht wohin... Joa, klar, ich spring einfach mal. Ich glaub ich hab einen Fall schon dabei. Alter, was haben die alles dabei? Joa, guck mal Base Jumping. Mist, sie haben mit der Evakuierung begonnen. Los! Das ist gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich werd nur noch Partweise aufnehmen. Deswegen kann durchaus sein, dass ich jetzt schon auf 20, 30 Minuten bin. Aber da die ja bald vorbei ist... Ja, ich weiß. Das muss mir nicht sein, das spüre ich. Da ich nicht genau... Oh ja, komm! Junge! Da ich aber halt nicht jede Mission, wenn ich jetzt nur noch 15 Minuten machen wollte, muss ich das mal so laufen lassen. Oder will ich das auch so weiter laufen lassen? Ich glaub, ich brauch die Arme noch mal. Ich glaub, da kommt noch ein Auto. Ich glaub, da kommt noch ein Auto. In dem Turm ist ein MG! Ins Gebäude! In welchen der ganzen? Hier! 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 das habe ich gehört sie verlaufen durch die ganze Einrichtung hier wird alles in die Luft gehen Beeilung Leute wir haben nicht viel Zeit das ist immer was sie vorhaben einen schönen Gasangriff auf was ist das er blockiert unseren Funk er wusste dass wir kommen die Kamera da alles und jeden was zu tun hat ich werde der nächste sein was wollen sie in ganz Amerika verfügt Dragovic die auf das Zeichen war Nova 6 freizusetzen Nova 6 als Waffe die Zahlenübertragungen was bedeuten sie enttauscht gegen meine Sicherheit ich bin auf der Insel der Wiedergeburt ok ich finde das immer so krass oder sowas ja ok wo links dass wir im Deutschen immer die gleichen Akzente haben wirklich das hört sich ja immer so an als wäre wenn das geht für die Hardcore Nazis ich meine ja klar er soll ihn darstellen oder so aber auch in anderen Filmen oder so Deutsche hören sich immer so seltsam an in amerikanischen Sachen es ist ja im Endeffekt auch eine leichte Form des Rassismus war ein bisschen krass ausgedacht aber stell dir vor das hatte ich gemäht das ist auch so eine Sache kann man ja auch mal kurz drüber reden in Multiplayer spielen da wird man ja als Deutscher oder so kommt das relativ häufig vor dass man dann als Nazi betitelt wird ne wo ich mir dann immer denke so Leute ihr seid dadurch nichts anderes als Rassisten Mann im Endeffekt heißt es dann ja öh alle Deutschen sind Nazis und all sowas wo ich mir da denke so junge was geht da falsch bei dir ganz krass war mal da hab ich nur gegen Gegner gespielt war halt ein ganzes Stück besser und auf einmal kommt er öh Alle Deutschen sind pädophil. Wirklich, das war seine Aussage, ne? Alle Deutschen sind pädophil. Ich habe mich zusammen mit dem Kumpel gespielt, mit dem Paddy Punch und dachte mir nur so, alter, was läuft bei den Leuten falsch? Du kannst doch nicht einfach nur jemanden, weil jemand besser ist oder nur weil er Deutscher ist, gleich als pädophil bezeichnen. Das ist mir nur echt so richtig krass. So, ich denke mal, das war jetzt die Mission. Ja, genau, das war sie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.